Musik Herzlich willkommen zum ersten Coding-Video des zweiten Teils der Vorlesung Data Science, Deep Learning und neuronale Netzwerke. In diesem Video werde ich Ihnen erst einmal zeigen, wie man denn in Python überhaupt ein neuronales Netzwerk implementieren kann, wie man das trainieren lassen kann und wie man die Ergebnisse validieren kann. Und wir beginnen, wie gehabt, erst einmal damit einige Pakete einzubinden. Wir benutzen hier wieder NumPy, Panda, Seaborn, Mudplotlib und Tabulate. Das sind die Standardpakete, die wir als eigentlich in fast jedem Video verwendet haben. Wir benutzen von sklearn unsere Train-Test-Split-Funktion, damit es uns möglich ist, unseren Trainings- und Testdatensatz zu erzeugen. Wir importieren uns hier wieder eine Scaling-Funktion, in dem Fall hier den Min-Max-Scaler, um unsere Daten zu normalisieren. Und wir haben uns hier noch zwei Fehlermaße ausgesucht, den MAE und den MSE. Den haben Sie in der Vorlesung bereits kennengelernt. Und wir werden hier zum allerersten Mal mit TensorFlow arbeiten. TensorFlow ist ein Framework zur datenstromorientierten Programmierung. Und das ist eine sehr populäre Anwendung im Bereich des Machine Learnings und auch im Bereich von künstlichen neuronalen Netzwerken auf mehrdimensionalen Datenfeldern. Das sind diese sogenannten Tensoren. TensorFlow wurde ursprünglich vom Google-Brain-Team für den Google-internen Bedarf entwickelt und später eben als Open-Source-Lizenz der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Allerdings war das sehr, sehr, sehr komplex, weswegen es auch eine andere Bibliothek gab, die sich Keras nennt. Das war früher einmal die inoffizielle API zu TensorFlow, in der eben manche Funktionalitäten wesentlich schöner und einfacher zu bedienen angeboten wurden. Inzwischen ist es so, dass Keras so populär geworden ist, dass TensorFlow Keras als offizielle API adaptiert hat. Das heißt, es ist nicht mehr so wie früher, dass Keras ein bisschen von den Profi-Entwicklern als netten Abklatsch von TensorFlow belächelt wurde. Es ist inzwischen einfach die offizielle API und es gehört hier dazu. Das macht die Sachen viel, viel einfacher. Sie können auch TensorFlow ohne Keras benutzen. Wir benutzen hier Keras aus dem simplen Grund, weil das die Sachen für Sie wesentlich einfacher und angenehmer gestaltet. Und was nehmen wir hier raus denn aus den Modellen? Nehmen wir ein sequenzielles Modell und wir nehmen die Funktion Load-Modell. Das erlaubt es uns später, das trainierte Netzwerk zu speichern und eben zu einem späteren Zeitpunkt wieder zu laden. Und mit den trainierten Gewichten fortzufahren. Und wir importieren uns die Dense-Funktion. Sie können sich das gerne hier im Detail mal durchlesen. Im Großen und Ganzen ist das die Funktionalität, die es uns erlaubt, dichte Schichten zu implementieren. Wir haben in der Vorlesung ja bereits gelernt, dass wenn jedes Neuron einer Schicht mit jedem Neuron der Folgeschicht verbunden ist, nennt man das Netzwerk dicht oder eben diese Schicht dicht. Und genau das machen wir hier auch. Bevor wir allerdings hier zu kommen, Sie kennen den Vorgang inzwischen, brauchen wir erst einmal irgendwelche Daten, mit denen wir ein Netzwerk überhaupt befüllen können. Ich habe es mir hier erlaubt, Ihnen mal einen generischen Datensatz vorzubereiten. Den schauen wir uns hier entsprechend an. Das heißt, wir laden uns den Datensatz hier hinein. Wir betrachten uns den Datensatz. Wir schauen uns hier mal einen Paarplot an. Das heißt, wir können gleich auch auf Korrelationsstrukturen abstellen. Wir erzeugen uns hier unsere X- und Y-Variablen, indem wir eben die zu prädizierende Variable in unserer Y speichern und die ganzen Features eben in unserer X-Variable speichern. Das Nächste, das kennen Sie aus dem vorherigen Video schon, erzeugen wir uns hier ein Trainings- und Testdatensatz für die beiden Variablen auf Basis der SK-Learn-Funktion Train-Test-Split. Wenn Sie natürlich wieder die gleichen Ergebnisse erreichen wollen, wie ich es hier habe, beachten Sie bitte, dass Sie hier denselben Random-State angeben. Wir schauen uns hier dann natürlich auch mal die Dimensionen dieser Trainings- und Testdatensätze an, damit Sie sehen können, dass wir hier das auch in etwa genauso splitten, wie hier das dasteht. Anschließend werden wir hier unsere Daten normalisieren. Das heißt, wir skalieren die Features, die wir hier für unser Netzwerk verwenden werden. Das heißt, wir binden hier einen Scaler ein. Wir fitten diesen Scaler auf die Trainingsdaten. Und danach transformieren wir eben die Trainingsdaten mittels dieses Scalers, genauso wie die Testdaten, an denen wir das Ganze validieren möchten oder nicht. Sollten Sie für Keras Hilfe benötigen, gibt es hier ein sehr großes Hilfemodul, in dem Sie sich austoben können. Das Nächste, was wir hier machen, wir initialisieren unser Modell. Und hier gibt es einige Dinge zu beachten. Sie können, wie hier dargestellt, ein neuronales Netzwerk mit der Sequenzfunktion von Keras eben in einer Zeile erzeugen. Davon rate ich Ihnen allerdings ab. Das Problem ist nun, wenn Sie hier das alles in einer Zeile erzeugen und Sie müssen eine Schicht ändern, dann müssen Sie hier permanent die Funktion verändern. Und das ist gerade bei größeren Projekten nicht zu empfehlen. Den Syntax, den wir hier wählen werden und den wir hier auch weiter verfolgen werden, finden Sie hier unten. Hier unten erzeugen wir zunächst einmal ein leeres Modell, eine leere Sequential Modellierung. Das ist ein neuronales Netzwerk, in dem einfach überhaupt erstmal gar nichts drin ist. Und anschließend werden wir Schritt für Schritt die Schichten zu diesem Modell hinzufügen. Sie sehen, dass wir hier eine Möglichkeit haben, Schichten dem Modell zuzufügen. Und da kommt auch unsere Dense-Funktion zum Einsatz, in dem wir sagen können, okay, wie viele Neuronen möchtest du denn pro Schicht haben, mit welcher Aktivierungsfunktion. Und Sie sehen, wir fangen hier direkt an mit einem Deep Learning Neural Network, in dem wir hier drei Schichten haben mit jeweils vier Neuronen. Und wir haben natürlich eine Output-Layer, die dürfen wir hier nicht vergessen. Und wir möchten hier auch nur eine einzige Output-Neurone haben, damit wir eben einen Preis bekommen, der uns als Vorhersage dienlich ist. Was machen wir als nächstes? Wir kompilieren das Model. Beachten Sie bitte, dass wenn Sie eine Klassifikationsproblematik haben, Sie hier bitte die Cross-Entropie verwenden als Verlustfunktion und nicht den MSE, weil der MSE ist für Regressionsproblematiken da, das heißt für stetige Datensätze. Was machen wir als nächstes? Wir fitten das Modell. Das heißt, wir trainieren das neuronale Netzwerk. Das geschieht hier in dieser einzelnen Zeile. Da übergeben wir dem Netzwerk die Trainingsdaten und wir setzen noch Epochs. Das heißt, wie oft wird dieses Datenset denn nun verarbeitet? Wie viele Trainingsschritte sollen denn nun gemacht werden? Und das ist es dann eigentlich schon. Das ist die ganze Magie hinter Deep Learning Neural Networks. Und was wir dann danach machen ist, wir lassen uns die Verlustfunktion ausgeben. Wir schauen uns den Verlauf dieser Verlustfunktion an. Und zum Schluss, Sie kennen das ja, das Vorgehen ist, denke ich, meistens bisher das gleiche gewesen. Wir lassen das Netzwerk anhand der Testdatenprädiktionen erstellen, speichern uns diese und schauen uns diese einfach mal an und machen ein Bild dazu, weil das, denke ich, einfacher ist, sich das grafisch anzusehen wie tabellarisch und können am Ende hier unsere Fehlermaße berechnen und ausgeben lassen und uns weitere statistische Maße hier anzeigen lassen. Und was wir hier noch machen, wir erzeugen jetzt zum Beispiel einfach mal ein neues Pärchen von Features, skalieren das Ganze und lassen das Modell einfach mal eine Prädiktion anstellen auf Basis dieser neu hinzugekommenen Werte. Und was Sie hier unten machen können, Sie können mit Model.Save hier Ihr Modell speichern. Und wenn Sie das natürlich dann zu einem späteren Zeitpunkt erneut benötigen, können Sie hier einfach mit der Funktion Load Model Ihr gespeichertes Modell wieder in Ihr Skript laden und ausführen. Wir machen hier einfach mal dieselbe Prädiktion nochmal, damit Sie auch sehen können, dass da tatsächlich was passiert. Ich scrolle jetzt nochmal nach oben. Das war jetzt relativ viel, deswegen wiederhole ich das einfach nochmal. Wir binden hier unsere Pakete ein. Dann gehen wir her, laden unsere Daten, schauen die uns an, erzeugen unsere Feature-Matrix und unseren Output-Vektor, den wir prädizieren möchten. Wir splitten unseren Datensatz in Test- und Trainingsdaten. Wir skalieren unsere Daten, das sehen Sie hier. Wir initiieren das Modell und zwar bitte nicht so, sondern in einem schönen Syntax, den Sie auch später nochmal verändern können. Das sehen Sie hier. Hier erzeugen wir quasi unser neuronales Netzwerk und zwar, indem wir sagen, wir haben ein sequentielles Modell mit drei Schichten und einer Output-Schicht mit einem Output-Neuron. Hier können Sie die Aktivierungsfunktion eingeben, wie Sie gerade möchten. Sie können für jedes Problem, was Sie haben, natürlich andere Aktivierungsfunktionen verwenden. Und es hat auch einen Sinn, gewisse Aktivierungsfunktionen für gewisse Probleme zu verwenden, um Ergebnisse zu bekommen, mit denen Sie tatsächlich arbeiten können. Wir nehmen hier einfach mal die Relu-Funktion, die Sie in der Vorlesung auch schon kennengelernt haben. Danach wird dieses Modell kompiliert, das neuronale Netzwerk wird kompiliert. Und danach wird es trainiert und gefüttert. Und wir schauen uns diese Verluste an, evaluieren diese, machen Schätzungen, speichern die Schätzungen, schauen uns die Ergebnisse entsprechend an und berechnen unsere Fehlermaße, bevor wir in der Lage sind, neue Feature-Kombinationen, neue Feature-Werte hier einzufügen und unser Modell zu speichern. Und ich hätte jetzt einfach gesagt, ich habe jetzt sehr viel erzählt. Wir lassen dieses Modell jetzt einfach einmal durchlaufen. Fangen wir hier doch direkt einmal an. Wir sehen in der Konsole die Übersicht über unsere Daten. Wir haben quasi einen generischen Preis und wir haben zugehörige Features. Beachten Sie bitte, dass das hier einfach ein generischer Datensatz ist. Aber ich sage mal, wir später noch zu Datensätzen kommen werden, die auf Echtdaten beruhen. Was wir hier uns anzeigen können, ist ein Pair-Plot. Das heißt, wir sehen hier die Verteilung der Variablen. Ich mache das Ganze hier mal groß. Dann sehen wir auch die Beschriftungen. Wir sehen hier zum Beispiel den Preis und den Preis an sich. Das heißt, wir sehen hier die Verteilung der Variable selbst. Und wir sehen die Korrelation, die Streudiagramme mit Feature 1 und Feature 2. Und wir sehen natürlich auch Feature 1 zu Feature 2. Wir sehen hier die Verteilung der einzelnen Variablen sowie die Streudiagramme der Variablen untereinander. Bitte beachten Sie, dass das hier eine symmetrische Matrix ist und diese drei Teile hier oben eigentlich obsolet sind. Die sind redundant. Okay, jetzt haben wir uns unsere Daten schon mal angesehen. Wir sehen, okay, es ist ein bisschen positiv bei Feature 1 und Feature 2. Sieht hier eigentlich schon relativ gut aus. Fahren wir doch einfach mal fort. Nun wird das Modell trainiert. Es ging in diesem Fall sehr schnell, da wir sehr wenige Daten haben. Das ist einmal Punkt 1 und wir ein sehr einfaches Modell haben. Und wir nur effektiv zwei Feature in dieses Netzwerk einfließen lassen. Was wir hier sehen, ich vergrößere das Ganze auch einmal, ist die Verlustfunktion des Netzwerks während der Trainingsdurchläufe. Wir sehen hier an der Seite den Verlustwert. Und wir sehen hier die Epochen. Und wir sehen, dass hier so ab Epoche, ja, lassen Sie es mal 70 und 80 sein, hier der Verlust quasi nur noch konvergiert und wir schon sehr, sehr gut Ergebnisse erzeugt haben. Ich schließe das nochmal, dass wir hier weitermachen können. Das nächste, was Sie in der Konsole sehen, hier sind die echten Y-Werte, die Testwerte und die Prädiktionen, die unser Modell für eben diese Testdaten angestellt hat. Und ich habe Ihnen das Ganze hier nochmal als Scatterplot dargestellt. Ich lege das mal nebeneinander. Das heißt, Sie sehen hier die Tabelle und hier quasi die grafische Darstellung. Sie sehen, okay, das sieht schon mal gar nicht schlecht aus. Also Sie sind mit diesem Modell schon gar nicht schlecht dabei. Schließen wir das nochmal und dann bekommen wir hier mehrere Dinge angezeigt. Wir bekommen hier unsere Fehlermaße angezeigt. Die können Sie hier ansehen und Sie bekommen eins weiter unten hier. Statistische, deskriptive Maße unserer Modellprädiktion und unserer wahren Y-Werte, wo Sie sehen können, dass wir hier eine Standardabweichung von 93,94 haben. Und wir hier mit unserem Modellfehler bei 5 sind. Das heißt, wir sind hier schon sehr, sehr, sehr gut dabei. Und hier unten sehen wir einmal die Prädiktionen für unser neues Feature-Set, was wir eingefügt haben. Und wir sehen das gleiche nochmal. Das ist das, wo wir das Modell geladen haben und eben erneut ausgeführt haben. Das soll es für dieses Video gewesen sein. Ich scrolle hier in der Konsole noch einmal nach oben, dass Sie hier das alles sehen können. Wir sehen uns hier unsere Preise bzw. unsere Feature-Matrix an, unsere Daten. Wir trainieren hier das Modell. Da können Sie Schritt für Schritt jede Epoche nachverfolgen. Sie sehen hier auch die Loss-Funktionen und Werte entsprechend angezeigt. Diese Trainingsdauer hier kann je nach Modell und je nach Datenumfang deutlich variieren. Also ich möchte hier nicht die Illusion erzeugen, dass sich ein neuronales Netzwerk in 10 Sekunden trainieren lässt. Das ist jetzt hier aus didaktischen Gründen im Datenumfang angepasst, nenne ich das mal. Hier unten sehen Sie dann die Gegenüberstellung Ihrer Testdaten sowie Ihrer Prädiktionen, die Sie mittels dieses Netzwerkes gemacht haben. Hier sehen Sie deskriptive Maße, noch mehr Fehlermaße und eine Prädiktion neuer Daten. Und damit sind wir mit diesem Video am Ende. Ich hoffe, Sie haben etwas mitgenommen. Wir sehen uns im nächsten.